kinder bleibt doch mal chillig es gab nur noch den kürbis da oben ja gut den will ich aber auch noch weg snacken einfach so wir haben den kristall vollständig ausgeschöpft wir bräuchten noch einen schlüssel irgendwo ja ich bin ein fliegen ins haus na wie fühlt sich an ohne dach ich hasse dich ja habt ihr jetzt kein dach mehr über dem kopf das passiert wenn man hier in karotten monopol errichtet ich bin die unsichtbare hand des marktes und dann greife ich einfach ein so nach einem weiteren kleinen umweg machen uns weiter auf nach blue will wir haben aber immer in die stärkefähigkeit erlangt und das ja auch schon nice oh nein wie viele gegner nisten sich hier plötzlich wieder ein was ist mit euch die wir also gar nicht chili willi darauf so kohle was noch mehr ganz hinten kommt die snap ich weg irgendwie jetzt hier sprung plattform ist ja mal aktivieren ach da das war das rätsel so speedrun und so kiste drauf ist sie runter gefallen sie ist noch mal bleib danke so let's go moin jungs habt ihr hier aber so ein seil dass ihr da hätte drunter reichen können ist stark genug den stein sehen wenn ich frage den gärtner im dorf so guck mal easy und let's fall abkürzung freigeschalten oh mein kraft oh boy er ist ja echt ein schlachtfeld so einfach durch ist ja das soll ich so genau Ah, komm, ihr mich auch. ihr mich auch so was eine miese falle aber noch mehr spaßvögel wenn man kann man die schotten das ist hier endlich blue will nein ach ich kenne den ort noch das kann man jetzt als abkürzung verwenden ja ja gut wir haben jetzt immer in den violetten mcgiver können wir dann hier weiter dahinten war nämlich auch noch was was habe ich jetzt aktiviert das da oh ja oh nein ach hätte ich das jetzt gerade die ganze zeit ich habe die abkürzung schon freigeschalten gehabt naja es ist auch nice ist sehr nice so es öffnet sich gleich viel mehr abkürzungen schön da sind gnome und julia und hier geht es so langsam zurück so bleibt red lag tot ja käme ich da überhaupt wieder zurück ja snack snack ich glaube da noch irgendwo ein laden oder nicht laster schaden wir nämlich ich brauche immer noch irgendwas zum stahl schmelzen so jetzt reizt mir aber echt ey die blauen schweine hi mom oh jetzt hast du alle mcguffins ah mcguffins nicht mcgiver lass uns da reingehen ja aber erst krieg mom erst krieg oh das sind die ah ok dafür oder für noch ein paar oh nein oh kriege scheiße gut abgeblockt gut abgeblockt so ja lass mal in was sind ich weiß nicht was die dinger noch sollen da will noch einer streit ah wenn er rollt ist er unbesiegbar die schüsse sind so fucking laut warum noch mehr au komm explosion so waren es jetzt bitte alle danke alles klar ich bin stupid da kann nochmal runter ach so warte ich oh gott das habe ich jetzt gerade die ganze zeit nicht gesehen gut das tor können wir noch nicht öffnen nein naruto runs was wirst du ich wurde ausgeraubt man hat mir meinen äh meinen roten mcgiver und und sonstiges zeug geklaut oh nein die scheiß blauen die scheiß blauen dreckssäcke was macht oh nein er hat deine sachen geklaut geile anteilnahme wirklich wie ist man reingekommen kann irgendwas weiß färben ja den drecksack den hole ich mir jetzt oh wie das blaue doch auch hässlich aussieht alter ich muss blau werden alles klar dann lassen wir uns ich habe meinen cube verloren bin ich jetzt blau mom du musst du musst da drauf mom mom ja ich habe einen weg stell dich da drauf mom was ist mit dir ich meine wer das jetzt bin ich blau ich sehe mich ja nicht äh 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 Gott Gott kannst du mich blau machen ich hasse mich selbst dafür mich zu fragen aber bitte Gott den Schalter drücken ach Gott jetzt komm ein bisschen mehr Teamarbeit ich habe einen Weg mom stelle dich auf diese scheiß Plattform hier drauf ja die ist ja nervös aber kann die vielleicht hier nervös sein soll ich mom nervös machen äh soll ich mom blau machen hä ich kann okay okay warte 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 die muss so laufen scheiße ach mom alter warum kann ich nicht mit dir reden warum warum bin ich bin ich ein schaubstummer prinz ja man ich bin blau infiltrated brandneues kommt gerade rein für dich ausgesweise zum doppelten preis fünf coins doppelt doppelsprung das ist mein zeug du wichser ich habe gar kein geld ne aber cooles feature oh das gab schon mal in zelda oracle or ages da äh wurde man an der insel gespült während man schon so keine ahnung ich glaube das war der dritte vierte fünfte dungeon ähm du wurdest an der insel gespült dann wurden dir all deine sachen geklaut und die gab es dann im shop zum wieder kaufen und du musstest die quasi dann äh taktisch wiederholen das war das ist ein sehr cooles feature finde ich im spiel ok ja toll muss ich erstmal geld verdienen hier in blueville ohne double jump komm mal irgendwann habe ich das modul noch oh geld ich raub jetzt einfach die blauen aus so das sind schon mal fünf münzen ja dann hätte ich gerne das forst beam blast gold modul er leitet jetzt auch elektrizität und ich kann es mit gold verbinden oh nice es ist sogar besser geworden nicht schlecht kann ich mich noch irgendwo hochziehen die musik ist auch so geil ja schon wie du du ja ja deine haut sieht komisch aus kenn ich dich was ist das für ein geruch an dir kenn ich dich ihr seid alle scheiße blauen ey 110 ah ja ich hab ja keinen ähm post cube ich kann ich hab weder meinen strahl noch kann ich schmelzen ich bräuchte was lila leuchtendes oh die haben auch jesus kaum zu glauben die roten meinen immer noch mr miracle wäre einer von ihnen mr miracle könig der blauen ich will den so am liebsten jetzt einfärben gut hey kannst du ja können wie der könig diese tür abgesperrt hat ich bin kurzsichtig blau ah ich hab keinen triple jump ist mir gerade wieder aufgefallen hier wer was lila leuchtendes kann ich aber nicht nehmen gold 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 aber man muss sich doch sehr linear seine sachen holen oder nee ich bin jetzt hier oben dann so hä soll ich da hochlaufen meine magnetfähigkeit habe ich auch verloren ich habe keine ahnung ist eine kugel drin was bringt die mir was wird das rätsel doch die kugel muss in der mitte landen ok hat super nicht funktioniert ein bisschen tiefer angesetzt so noch tiefer so mal kurz ganz weg so das ist doch schon so so tief wie es geht also eigentlich sollte das rätsel auch so gehen ich das irgendwie anders machen kugel muss hier drauf so ich mache es mal wirklich genau in die mitte das war auch optische täuschung oder so so jetzt liegt alles in der mitte nee es ist zu hoch es ergibt keinen sinn die kugel fliegt einfach zu blauen halte mal die schnauze man aber das muss doch so gehen was ist das die da war drunter die muss da rein und hier irgendwas verbinden nee muss erst muss erst strom geben ja und den mache ich die kugel doch irgendwo anders na hier kann ich noch hoch aber nein irgendwie nicht gut ne dann würde ich sagen ich verzweifle mal an der stelle und würde sagen das warst du denn da ist stream und dann geht es da einfach wieder überhaupt beim nächsten mal weiter wie immer auf jeden Fall zuschauen bis zum nächsten mal euer hänselpeter ciao 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 ciao